Ich arbeite seit fast vier Jahren bei Chefs Kulinar. Also ich bin von der Müllabfuhr weg, hauptsächlich wegen der Bezahlung. Also hier verdiene ich jetzt das netto, was ich vorher brutto hatte. Das passt mit der Arbeitszeit, mit der Familie kann ich das gut vereinbaren. Ich bin schon gegen Mittag zu Hause, kann dann meinen kleinen Sohn aus dem Kindergarten abholen und von daher passt das sehr gut. Das Lohnniveau ist bei Chefs Kulinar ziemlich hoch, muss man sagen, für den Berufskraftfahrer. Ja, wir kriegen Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, dann kriegen wir so eine unfallfreie Prämie. Ja, der Fuhrpark bei uns ist immer auf dem neuesten Stand, beziehungsweise sehr modern. Wir fahren hier nicht mit ganz alten Karren durch die Gegend. Der Kontakt zu meinen Kunden ist sehr gut. Also man kennt sich per Vornamen, man ist per Du und kriegt auch mal einen Kaffee oder ein Brötchen. Das ist schon sehr ordentlich. Die Balance zwischen Arbeit und Freizeit ist sehr gut. Also man hat den ganzen Tag eigentlich noch vor sich. Also wenn ich im Fernverkehr wäre, dann wäre das für meine Frau gar nichts sag ich mal. Und da ich immer jeden Tag zu Hause bin, ist das hier wesentlich besser in Hamburg in der Stadt zu fahren. Von daher fühlt man sich hier wohl. Meiner Meinung nach ist das ein sicherer Arbeitsplatz. Ich denke nie, dass das Unternehmen irgendwann pleite gehen könnte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Hauptgründe, warum ich hier so zufrieden bin, ist die Arbeitszeit, dann das Arbeiten an sich und die Bezahlung. tienen den die Bezahlung. Ich mag dich nicht mehr. Ich denke, da wird es nicht mehr in der Vergangenheit. Ich denke, es ist nicht mehr in der Vergangenheit. Aber ich denke, es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.